Hier im Saal, was hat die Rechtsmedizin damit zu tun? Die Rechtsmediziner untersuchen Tote, was ist das für ein Thema? Und da muss ich sagen, wir untersuchen auch sehr, sehr viele Lebende. Es ist richtig, dass wir Tote untersuchen und wir lernen von den Toten für die Lebenden. Und inzwischen untersuchen wir genauso viele lebende Personen wie verstorbene Personen. Und wenn ich jetzt mal ganz auf mich bezogen an mein letztes Wochenende denke, da hatte ich Rufbereitschaftsdienst. Ich habe keinen Toten gesehen, aber vier Frauen nach Vergewaltigung. Und da gehört es nicht nur dazu, diese Personen zu untersuchen, sondern auch Spuren zu nehmen, Blut zu nehmen. Und das wird dann wiederum im Institut für Rechtsmedizin untersucht, beispielsweise von Herrn Röhrig, der gleich sprechen wird, ob beispielsweise K.O.-Mittel eine Rolle gespielt haben. Also wir haben viel mit lebenden Personen zu tun. Ja, Rauschmittel, wir nehmen jetzt vielleicht mal Kaffee und Nikotin weg, weil das nicht so psychotrop wirkt. Aber jetzt Rauschmittel im engeren Sinne, hauptsächlich Alkohol natürlich in Deutschland ist das häufigste Rauschmittel. Das, was auch volkswirtschaftlich, medizinisch am wichtigsten ist, und das ist erlaubt in Deutschland. Andere Drogen sind nicht erlaubt, beispielsweise Cannabis oder ähnliche Drogen. Ob man die nimmt oder nicht, das muss jeder für sich entscheiden. Das ist auch ein gesellschaftspolitisches Problem. Es wird ja diskutiert, dass Cannabis möglicherweise freigegeben wird. Und ich frage mich, wenn die nächste Regierungskoalition, Jamaika-Koalition heißt, ob das in irgendeine Richtung geht. Aber bei dieser Diskussion ist, glaube ich, völlig klar, Rauschmittel und Straßenverkehr, das passt nicht zusammen. Also wer Rauschmittel nimmt, welches auch immer, darf nicht Autofahren, um das mal auf einen Nenner zu bringen. Und darum geht es heute. Ja, wie ist es mit der Fahrtüchtigkeit, Fahrfertigkeit, Fahreignung? Das sind so Begriffe, die heute vielleicht eine Rolle spielen. Fahrfertigkeit ist das, was wir hier alle sind im Raum. Wir können alle Autofahren. Einige meiner Kinder versuchen das gerade mit so mäßigem Erfolg. Die wollen den Führerschein machen und wenn sie das Fahrzeug beherrschen, die Prüfung bestanden haben, die Regeln kennen und so weiter, dann sind sie fahrfertig. Dann haben sie die Fahrfertigkeit erworben, dann können sie Autofahren. Wie ist es jetzt in der aktuellen Situation? Sind wir, wir jetzt hier, die wir fahrfertig sind, können wir auch tatsächlich ein Auto sicher nach Hause führen? Das nennt man Fahrtüchtigkeit. Und die Fahrtüchtigkeit, die kann gegeben sein, die kann aufgehoben sein und die kann wiederkommen. Also ich bin nicht mehr fahrtüchtig, wenn wir heute Abend viel Alkohol noch trinken sollten. Wenn der Alkohol abgebaut ist, bin ich aber wieder fahrtüchtig und genauso ist es mit den anderen Drogen. Auch wenn der Vortrag so ermüdend ist, was ich nicht hoffe, dann sind wir auch nicht mehr fahrtüchtig. Denn wenn wir einen Unfall machen, weil wir müde sind, weil wir einschlafen, sind wir nicht mehr fahrtüchtig. Es wäre sogar eine Straftat mit erheblichen Konsequenzen. Also das ist Fahrtüchtigkeit, die Fähigkeit, sicher Auto zu fahren. Aktuell in dieser Sekunde. Sind wir wahrscheinlich alle, wir passen alle auf und sind nüchtern. Und dann, das dritte ist die Fahreignung. Und das ist besonders spannend, wie ich finde. Da geht es darum, ob man grundsätzlich in der Lage ist, auf Dauer, lang andauernd ein Kraftfahrzeug zu führen. Und das kann beeinträchtigt sein, wenn verschiedene Erkrankungen vorliegen. Beispielsweise schwerste Herzerkrankungen mit Synkopen oder ähnliches. Es kann aber auch vorliegen, wenn eine Alkoholabhängigkeit oder eine Abhängigkeit von anderen Drogen vorliegt. Und dann ist die Fahreignung gefährdet. Und das kann noch viel gravierendere Konsequenzen haben, als wenn man nur für einen Tag mal Alkohol getrunken hat. Dann ist der Führerschein auf Dauer in Gefahr. Und damit werden wir uns heute beschäftigen. Fahrtüchtigkeit, Fahreignung vor dem Hintergrund von Rauschmitteln im Straßenverkehr. Alkohol und insbesondere die anderen Drogen. Ja, das war das Wesentliche zu dem Thema. Und ich werde jetzt versuchen, die Referenten vorzustellen. Wir haben uns überlegt, weil wir drei Referenten haben, wirklich aus drei ganz verschiedenen Bereichen. Ich bin selbst total gespannt, was gleich gesagt wird. Und ich werde Ihnen die einzelnen Referenten jetzt en bloc vorstellen. Und auch die Vorträge werden en bloc gehalten werden, sodass wir dann hinterher zusammen alle Vorträge diskutieren können. Und die, die als letzte kommen, dann nicht benachteiligt sind. Es geht los mit dem ersten Polizeihauptkommissar Thomas Jung, den ich hier sehr herzlich begrüße. Er ist Polizeibeamter und er hat an der Fachhochschule in Koblenz seinen Abschluss gemacht. Und er hat angefangen als Dienstgruppenleiter dann in der Polizeiinspektion Ludwigshafen II. Und ich glaube, das ist eine Region, die schon ein bisschen spannender ist als vielleicht irgendein Ort in Rheinhessen. Drücken wir es mal so aus. Ich denke, Sie haben da viel gesehen. Und dann ging es auf der Karriereleiter immer weiter, bis Sie letztendlich Leiter der Polizeiinspektion Bad Dürkheim geworden sind. Und das ist so frisch, dass ich Ihnen noch herzlich dazu gratuliere. Und Ihr Arbeitsgebiet oder eines Ihrer Arbeitsgebiete ist halt die Drogenerkennung im Straßenverkehr. Das machen Sie seit 1999 und mit viel Erfolg. Die rheinland-pfälzische Polizei insgesamt ist dort sehr aktiv und sehr erfolgreich. Und Sie sind auch als Multiplikator eingesetzt. Das heißt, die Erfahrungen, die Sie gesammelt haben, die geben Sie dann auch an die jungen Polizeibeamten weiter, sodass möglichst viele von Drogen, von Kraftfahrern, die unter Drogen stehen, erkannt werden. Also das ist unser erstes Referat, der erste Polizeihauptkommissar Jung. Und er wird darüber sprechen, wie man erkennen kann, ob jemand möglicherweise unter Alkohol oder Drogen steht. Wie jemand aussieht, der alkoholisiert ist, das wissen die meisten. Aber wie jemand aussieht, der Cannabis konsumiert hat oder Amphetamine, das ist schon schwieriger festzustellen. Dann geht es mit der Frage weiter, wenn wir jetzt einen Verdächtigen haben, wie können wir jetzt tatsächlich nachweisen, gerichtsfest, dass Drogen im Blut sind. Und dafür ist bei uns im Institut der Herr Dr. Röhrig zuständig. Er leitet die Abteilung für Toxikologie und er ist ein Mainzer Bub und hat hier studiert und wurde auch promoviert am Max-Planck-Institut für Polymerforschung in Mainz und ist dann wissenschaftlicher Mitarbeiter im Institut für Rechtsmedizin in Frankfurt am Main geworden. Und hat dann aber nach kurzer Zeit festgestellt, dass es in Mainz eigentlich noch schöner als in Frankfurt ist und ist seit 20 Jahren ziemlich genau, es müsste eigentlich gefeiert werden mal, ist der Herr Röhrig hier bei uns im Institut. Er hat sich habilitiert und zwar zu einem Thema, ähnlich wie heute Abend, forensisch-toxikologischer Nachweis von Drogen anhand alternativer biologischer Matrizes. Also es geht nicht darum, in Blut oder Urin die Drogen nachzuweisen, sondern in schwierigeren Kompartimenten, Speichel, Schweiß oder Haare. Und das ist etwas, was so derzeit, als ich in die Rechtsmedizin eingetreten bin, praktisch Zukunftsmusik war. Da hat keiner mit gerechnet, dass man das inzwischen kann. Ja, Herr Röhrig hat auch Untersuchungen gemacht zum Passivrauchen von Cannabis. Es kommt ja vor, dass am Gericht mal eine Blutprobe landet, die positiv auf Cannabis ist. Und dann könnte jemand auf die Idee kommen und sagen, ich hab nicht selbst konsumiert, sondern ich hab bei jemandem gestanden, der Cannabis geraucht hat und so völlig unabsichtlich und ohne dass ich das gemerkt hab, hab ich das da selbst eingeatmet und jetzt ist mein Blut halt positiv. Ich hab nicht selbst konsumiert. Und da gab es einen heroischen Selbstversuch, sag ich mal, an dem sehr viele wissenschaftliche Mitarbeiter teilgenommen haben, prospektive, experimentelle Studie in Holland, in einem Coffeeshop. und dort hat man dann passiv konsumiert und Blutproben genommen, Urinproben abgegeben und tatsächlich festgestellt, dass die Analysemethoden so genau sind, dass selbst Passivrauchen erkannt werden kann. Das fand ich war eine tolle Leistung. Und dann kommt der dritte Vortrag, man möchte fast sagen, last but not least, oder das dicke Ende kommt zum Schluss, wenn ich nämlich Ihr Thema sehe. Herr Thorsten Bieg ist auch, wie alle anderen hier, Beamter, aber trotzdem wird sein Vortrag interessant sein. Und er ist Verwaltungsbeamter, er ist ausgebildet worden an der Fachhochschule für öffentliche Verwaltung in Main und hat dann seit 15 Jahren etwa sich ganz überwiegend mit Fahreignungsthemen beschäftigt in Kirchheim-Bullern. Und wir haben eben zusammen gesprochen, die Hälfte der Zeit oder sogar mehr die Hälfte der Zeit verwenden Sie dafür, um eben die Eichnung, die Fahreignung bei Cannabiskonsumenten zu prüfen und das irgendwie zu regeln und möglicherweise auch zu veranlassen, dass der Führerschein entzogen wird. Und das ist für viele Konsumenten etwas Überraschendes, dass hinterher noch nicht nur strafrechtlich, sondern auch verwaltungsrechtlich etwas kommt, was vielleicht, deswegen das dicke Ende kommt am Ende, vielleicht viel schlimmer ist als nur der Entzug der Fahrerlaubnis für eine bestimmte Zeit oder eine Geldstrafe. Und deswegen freue ich mich sehr auf den letzten Vortrag von Herrn Thorsten Bieg, Kreisinspektor in Kirchheim-Bullern. So, ich denke, wir haben oder hoffe, dass wir ein interessantes Programm zusammengestellt haben und ich möchte jetzt beginnen mit dem Herrn Jung. So, ich hoffe, das funktioniert so. Ja, vielen Dank, Herr Prof. Junger, für die Einladung zur heutigen Veranstaltung. Herr Prof. Riebert, herzlichen Dank für die netten, einleitenden Worte zu meiner Tätigkeit, zu dem Vortrag. Schönen guten Abend, meine Damen und Herren. Ich möchte Ihnen heute in dem Vortrag, der auf 20 Minuten beschränkt ist, aufzeigen, welche Möglichkeiten die Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten haben, im operativen Bereich eine Fahrt unter Rauschmittel feststellen zu können. Fahren unter Rauschmittel möchte ich allerdings in dem Vortrag beschränken, auf Fahrten unter Drogen bzw. Medikamenteneinfluss, weil eine Fahrt unter Alkoholeinfluss ist relativ leicht zu erkennen. Man hat einen Atemalkoholgeruch, den man relativ schnell erkennen kann, hat dann den ersten Verdacht und kann dann eine entsprechende Testung vor Ort vornehmen. Die Feststellungen von Fahrten unter Drogeneinfluss sind relativ schwierig. Deshalb möchte ich Sie im Rahmen meines Vortrages am Anfang zur Einführung mit statistischen Werten konfrontieren, was für Erfahrungen wir in Ludwigshafen gemacht haben. Ich möchte Ihnen aufzeigen, welche taktischen Anlässe es gibt, bei denen eine Drogenerkennung notwendig ist. Ich möchte kurz auf die Drogenpalette eingehen, mit der wir regelmäßig konfrontiert werden. Dann möchte ich Ihnen verschiedene Verkehrsunfälle unter Drogeneinfluss vorstellen. Einen ausführlich, damit Sie mal sehen, wann man solche Verkehrsunfälle feststellt und wie sich der erste Angriff eines Polizeibeamten darstellt an einem Unfall hat. Dann kommt der interessante Bereich der Drogenerkennung. Wie erkenne ich einen Fahrer unter Drogen- bzw. Medikamenteneinfluss, weil ich oftmals vom Geruch her nichts feststellen kann. Und letztendlich möchte ich dann noch auf verschiedene Testmedien eingehen, auf die Herr Dr. Röhrig dann in seinem Vortrag ausführlicher eingehen wird. Ja, sehr geehrte Damen und Herren, das ist die Statistik der Polizeidirektion Ludwigshafen. 1999 habe ich mich erstmals mit der Thematik beschäftigt, weil ich einfach unzufrieden war. Ich hatte Verkehrsteilnehmer, die waren, ja, man kann es platt ausdrücken, durch den Wind. Man hat keinen Alkoholgeruch wahrnehmen können. Und letztendlich war man doch relativ verunsichert, was ist jetzt Ursache für dieses Verhalten, was man da festgestellt hat. Ich habe dann beschlossen, verschiedene Bundesländer aufzusuchen, wo man die ersten Erfahrungen sammeln konnte, vorzüglich im Saarland. Und dann haben wir für uns in der Polizeidirektion Ludwigshafen ein Ziel formuliert, dass wir in der Folge unsere Leute besser ausbilden möchten, dass wir den Testmedien zur Hand geben wollen, um Verdacht zu schöpfen, ob jetzt eine drogenbeeinflusste Fahrt vorliegt oder nicht. Angelaufen ist das im Jahr 2000. Da sehen Sie die Fallzahlen, wie die rapide angestiegen sind, als die ersten Kolleginnen und Kollegen beschult wurden. Von 19 Fällen 1999 ist das angestiegen auf 305. Und jetzt ist es interessant, wie groß ist unser Einzugsbereich in der Polizeidirektion Ludwigshafen. Das ist im nördlichen Bereich Frankenthal, geht über das Oberzentrum Ludwigshafen bis runter nach Speyer im südlichen Bereich. Die Beschulungsmaßnahmen, die unterstützt wurden durch das Institut für Rechtsmedizin hier in Mainz, sind dann richtig gut angelaufen. Wir wurden dann auch im Verbund unterstützt durch die Staatsanwaltschaft Frankenthal. Da muss man wirklich so einen Sicherheitsverbund formulieren. und auch mit der zuständigen Straßenverkehrsbehörde bzw. Führerscheinstelle in der Stadt und in den Landkreisen. Die Fallzahlen sind dann angestiegen bis zu einem Topwert von nahezu 600 Fällen, was auch das Bundeslagebild dann widerspiegelt, dass wir in Rheinland-Pfalz Spitzenreiter waren, über Jahre hinweg in der Drogenerkennung im Straßenverkehr. Nun sind die Zahlen etwas rückläufig. Man sieht es hier, 261. Da könnte man natürlich sagen, die Polizei macht jetzt eine super Präventionsarbeit. Das fruchtet. Das Konsumverhalten hat sich geändert, insbesondere bei den jungen Fahrern. Alles ist gut. Ja, man könnte auch sagen, dass das Konsumverhalten insgesamt sich geändert hat. Allerdings wäre das zu blauäugig, wenn man das behaupten würde. Fakt ist, die Personalsituation bei der Polizei im Lande Rheinland-Pfalz ist momentan recht angespannt, sodass man für solche Aufgabenbereiche relativ wenig Zeit hat, um da eine gezielte Verkehrsüberwachung durchzuführen. Ich denke, das bekommt man auch über die Medien mit. Wir müssen gucken, dass wir unsere allgemeinen Aufgaben in unseren Dienstbezirken bewältigt bekommen. Wir müssen Sonderlagen wie gestern zum Beispiel der Tag der Deutschen Einheit bewältigen. Ja, auch da war ich jetzt involviert und habe in zwei Tagen 33 Einsatzstunden ableisten müssen. Und da bleibt relativ wenig Zeit für solche Spezialgebiete, die allerdings sehr notwendig sind. Allerdings bin ich dann gestern Abend um halb neun auf die Dienststelle zurückgekommen. Und da sagt eine Kollegin zu mir, ja, da habe ich was im Schlepptau, speziell für dich und morgen für deinen Vortrag. Das war nämlich ein Verkehrsunfall und der Drogeneinfluss. Da hat ein junger Rollerfahrer, ja, eine Verkehrssituation nicht richtig einschätzen können, ist verunfallt. Und in seinem Gepäck hat man da noch ein Glas gefüllt mit feinstem Marihuana aufgefunden. Sie sehen es hier, ja, elf Gramm, was er da noch in seinem Handgepäck dabei hatte. Dass ein Handel nahe liegt, sieht man auch, weil er Feinwagen dabei hat und Geräte zum Zerkleinern der Marihuana-Blüten. Wir haben im Bereich der Polizeidirektion Erhebungen durchgeführt. Wann sind die unterwegs, die Drogenfahrer? Wann treffen wir sie am häufigsten an, um auch gezielt eine Verkehrsüberwachung durchführen zu können? Und das Ergebnis war derart, ja, nahezu 50 Prozent hat man am Wochenende festgestellt. Allerdings an den übrigen Tagen zu jeder Uhrzeit konnte man die Drogenfahrer feststellen. Ob das frühmorgens der Schüler war, der auf dem Weg zur Schule war, mit seinem Mofa oder mit seinem Moped. Ob das der Vater war, der unter Amphetamineinfluss seinen Junior zur Schule gebracht hat, über die Mittagszeit hinweg, ja, bis in die Abendstunden. Die Stoffgruppen, die wir festgestellt haben, waren, ja, überwiegend Cannabis-Produkte, obwohl Ludwigshafen eine Chemiestadt ist, ist mir, ja, überwiegende Naturprodukten zugetan. Das waren 68 Prozent der Fälle, die man festgestellt hat, gefolgt von Amphetaminen und Kokain. Die Anlässe der Drogenerkennung, das ist einmal die gezielte Verkehrsüberwachung. Allerdings wollten wir dann auch bei den Verkehrsunfällen diese auf Plazibilität hin überprüfen, ob vielleicht ein Drogenmissbrauch ursächlich war für den Verkehrsunfall. Allerdings ist die Drogenerkennung auch für uns in anderer Hinsicht recht interessant zur Beurteilung der Schuldfähigkeit bei sonstigen Straftaten und auch im polizeilichen Alltag, wo wir in Situationen geraten, die recht brisant sind, auch für die Eigensicherung und es da wirklich notwendig ist, auch zu erkennen, steht da jetzt einer unter Amphetamineinfluss und ist recht euphorisiert oder sprunghaft in seinem Verhalten oder ist er relativ sediert nach einem Cannabis-Missbrauch oder Heroin-Missbrauch. Wir werden allerdings auch im innerstädtischen Bereich mit Leuten konfrontiert, die nach einem Drogenmissbrauch meinen, sie müssten mit solchen Soft-Ehrwaffen da unterwegs sein. Wir werden mit Personen konfrontiert, die schmerzunempfindlich sind und auch Handschellen dann verbiegen. Das ist natürlich recht wichtig für uns in der Möglichkeit des Einsatzes von Führungs- und Einsatzmitteln. Hat Pfefferspray eine Wirkung? Ja, haben Zwangsmaßnahmen eine Wirkung oder müssen wir da mit einem größeren Kräfteansatz dann rangehen? Bei Großveranstaltungen sind wir präsent, ob es jetzt die Nature One ist, wo wir eine Vielzahl von Drogenfahrern feststellen. Ja, es gibt die Time Warp in Mannheim, wo viele Leute unterwegs sind, bis in die Region und das sind die Drogen, die wir überwiegend dann feststellen, also Cannabis-Produkte und Amphetamine. Allerdings auch andere Hartendroge, auf die dann später der Herr Bieg dann noch eingeht, was recht interessant ist für die Führerscheinstelle. Problematisch für uns sind sogenannte neue Drogen, ja, das sogenannte Spice. Da sind wir immer ein Stück weit hinterhergehängt, in der Nachweisbarkeit, auch mit unseren Testmedien. Die werden gehandelt über Internetportale und sind richtig gefährlich, auch im Konsumverhalten, weil die Leute einfach nicht einschätzen können, wie die Wirkung letztendlich sein wird. Verkehrsunfälle unter Drogeneinfluss. Wir hatten wirklich ein schreckliches halbes Jahr, das fing an im Dezember 2002 bis zum Juli 2003. Da hatten wir insgesamt fünf Verkehrsunfälle mit insgesamt 14 Toten. Das war erschreckend. Und bei den Verkehrsunfällen wurde regelmäßig ein Cannabiskonsum nachgewiesen, oftmals auch in Kombination mit Alkohol. Also das ist eine wirklich schwierige Kombination. Ich denke, da wird Dr. Röhrig auch noch darauf eingehen. Also wirklich verheerende Folgen. Wir hatten einen Verkehrsunfall, da sind fünf junge Menschen in Ludwigshafen verbrannt bei einem Verkehrsunfall, die Fahrerin stand unter Drogeneinfluss und Alkoholeinfluss. Wir hatten einen Verkehrsunfall auf der BAB A6 bei Grünstadt. Da ist ein unter Drogeneinfluss stehender Fahrzeugführer als Geisterfahrer in eine französische Familie reingefahren. Es waren fünf Tode. Und einen Verkehrsunfall möchte ich Ihnen mal ausführlich vorstellen, damit Sie auch sehen, wann wir solche Fahrten feststellen. Und wie der erste Eindruck ist, wenn die Kolleginnen und Kollegen da an eine Unfallstelle kommen. Das war an einem Donnerstagmorgen auf einer Bundesstraße. Da wurden die Einsatzkräfte verständigt, dass da zwei Fahrzeuge verunfallt sind. Zwei Personen werden eingeklemmt. Es gab keine neutralen Zeugen, die den Unfallhergang beobachten konnten. Die Fahrzeuge standen auf den Grünflächen stark beschädigt. Beide Fahrzeugführer waren tot. Sie sehen die Unfallstelle übersichtlich. Eine breite Straße. 01 bedeutet der vermeintliche Unfallverursacher. 02, das ist die Unfallbeteiligte. Der Verursacher in einem Kombi. Die weitere Beteiligte in einem Peugeot Cabrio. Das war die Antreffsituation. Wir überprüfen an die Fahrzeugführer. Der Verursacher 24 Jahre alt. Polis heißt keine polizeilischen Erkenntnisse. Die Beteiligte 35 Jahre alt. Auch keinerlei polizeilischen Erkenntnisse. Ein Gutachter wurde hinzugezogen. Der schilderte, dass der Verursacher aus ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn gekommen ist. Und beide Fahrzeuge sind frontal ineinander gefahren. Was war die Ursache? Donnerstag morgens 6 Uhr 30 beide Fahrzeugführer auf dem Weg zur Arbeit. Der Verursacher hatte 1,5 Promille Alkohol im Blut nachgewiesen bekommen und war Amphetamin positiv gewesen. Und die Unfallbeteiligte, die Frau, die 35-Jährige, die auf dem Weg zur Arbeit war, hatte aktuell Cannabis im Blut nachgewiesen bekommen. Donnerstag morgens 6 Uhr 30 weiter auf dem Weg zur Arbeit. Aus dem Grund ist es recht interessant, sich mit der Thematik zu beschäftigen. Alkohol, habe ich eingangs schon gesagt, ist relativ einfach in der Erkennung. Man kann geruchspezifisch etwas wahrnehmen, wenn man sich auch mit dem Fahrzeugführer dann unterhält. Atemalkoholgeruch nimmt man relativ leicht wahr. Wie geht man mit illegalen Drogen um oder mit einem Medikamenteneinfluss, den man auch häufiger bei älteren Herrschaften dann feststellt. Wir sind da wirklich gezwungen, dass wir da verschiedenste Mosaiksteinchen zusammenfügen, damit wir letztendlich ein Verdachtsbild erhalten. Die Mosaiksteinchen, ja, die müssen wir suchen. Da kommt es auch darauf an, was für ein Drogeneinfluss liegt vor. Hat man Stimulantien eingenommen, hat man sedierende Drogen eingenommen, was für Medikamente dürften da konsumiert worden sein. Wir müssen dann verschiedene Ausfall- und Auffallerscheinungen zusammentragen, die wir dann zu einem Verdachtsbild zusammenfügen. Ausfallerscheinungen, das sind Wirkungen am Verhalten der Person nach dem Konsum und Auffallerscheinungen, das sind auch Anzeichen des Konsums an der Person, die man schwerlich dann ja, ja, abschwächen kann, auch selbst abschwächen kann. Das ist eine Pupillenweitstellung nach dem Amphetamineinfluss oder nach dem Kokaineinfluss beispielsweise. Deshalb ist es wichtig, sich dann intensiv mit dem Fahrzeugführer zu beschäftigen. Es fängt an mit der Kontrollsituation, wie nähert sich die Person mit dem Fahrzeug, der Kontrollstelle, was sieht man in dem Fahrzeug, was hört man bei den Fahrzeugführern, die sich unterhalten und was riecht man vielleicht aus dem Fahrzeug, vielleicht ist ja auch frisch ein Joint, also Cannabis-Produkte geraucht worden während der Fahrt. Wie sieht es in solchen Fahrzeugen aus? Also wir haben oftmals festgestellt, wenn Leute wirklich häufiger Drogen konsumieren, dann sieht es auch im Auto aus wie so eine Müllhalde, man muss auch mal nachschauen, wenn da Zigarettenpackungen im Fahrzeug sind, wie die aussehen, oftmals wird da ein Stück Pappe abgelöst, um einen Filter für einen Joint, also für eine Haschig- Zigarette zu bauen. Es kommt darauf an, wie verhält sich der Fahrzeugführer, also da braucht man auch keine Bedenken bezüglich des Datenschutzes haben, das ist ein Sohn eines Kollegen, der sich auch intensiv mit Drogen im Straßenverkehr beschäftigt, der Sohn hat sich da mal so zur Verfügung gestellt, um verschiedene Verhaltensmuster, die wir erkennen konnten, mal darzustellen. Die Kontrollsituation hat eine nachts eine Sonnenbrille auf, warum hat er die nachts auf, hängt vielleicht damit zusammen, dass er Amphetamine konsumiert hat und unheimlich geblendet wird durch den Gegenverkehr, das versucht man zu kompensieren mit einer Sonnenbrille, ist er da ein Stück weit apathisch im Fahrzeug, schwerlich ansprechbar, also da sehen Sie auch so die einzelnen Punkte, die wir da abprüfen. Das fängt an mit einer Überhäufung von Fragen und Aufforderungen, um einfach mal zu überprüfen, wie sieht es aus mit der geteilten Aufmerksamkeit, kann er nacheinander die Fragen beantworten oder die Aufforderungen dann ableisten. Wir achten darauf, wie die Augen sind, wie die Bindehäute aussehen, auch mit dem Reinleuchten ins Fahrzeug, mit einer Taschenlampe, reagieren die Augen, hat man da eine Pupillenreaktion, die man feststellen kann oder reagiert die Pupille nicht oder hat man beim Dunkelheit eine eng gestellte Pupille, was auch atypisch ist, lauter so kleine Steinchen, die wir zusammentragen müssen. Ja, die Stimmung ist auch recht interessant, ist er stumpf, ist er euphorisch, ja, verhält er sich unangemessen. Alles, alle Punkte muss man allerdings mal gegenprüfen, ob die vielleicht plausibel sind oder erklärbar sind. Die Pupille ist für uns ein ganz wesentliches Kriterium, das können die Fahrzeugführer weniger beeinflussen, das haben wir bei Kokain und Amphetamin oftmals, dass die weit gestellt ist und auf Lichteinfall überhaupt nicht mehr reagiert. Bei Missbrauch von Heroin beispielsweise oder Opiaten, da ist sie recht eng gestellt, reagiert genauso wenig. Bei Cannabis-Missbrauch haben wir oftmals so einen Rebound-Effekt, das heißt, sie zieht sich kurz zusammen bei Lichteinfall und öffnet sich aber sukzessive wieder. Auch die sonstigen Reaktionen, jetzt auch im Winter, schwitzt einer, ja, was kann man sonst noch am Körper feststellen, ist ein Zähneknirchen feststellbar oder erkennt man einen Muskeltick, was auch oftmals nach Amphetamin- Missbrauch festzustellen ist. Die Bindehäute, sind die rötlich eingetrübt, muss man auch auf Plausibilität hin überprüfen, hängt das vielleicht mit zusammen, dass er allergisch ist, allergiker ist und vielleicht die hohe Schnupfenzeit ist oder hängt das vielleicht auch mit dem Missbrauch von Cannabis-Produkten zusammen. All diese Mosaik-Steinchen müssen wir auch auf die Plausibilität hin überprüfen. Wenn wir dann einen Verdacht schöpfen, müssen wir zwangsläufig auch belehren, dass er keine Aussage über der Polizei tätigen muss. Wir bieten allerdings dann auch an, verschiedene Tests mit durchzuführen, auf freiwilliger Basis, bis hin zu einem Drogenvortest. Wir müssen alle Beobachtungen dokumentieren. Das ist ein sogenannter, hört sich komisch an, Torkelbogen. Der wurde im Saarland zusammengestellt. Ist allerdings auch unheimlich wichtig für die Rechtsmedizin, wenn man letztendlich ein Gutachten erstellen muss, wie war die Kontrollesituation. Das sind einzelne Punkte, die wir dokumentieren müssen in der Kontrollsituation. Was dann auch wieder auf Plausibilität hin überprüft wird und auch letztendlich beurteilt wird mit dem toxikologischen Gutachten. Wenn wir das Ganze zusammengeführt haben und haben unser Verdachtsbild zusammengeführt, dann haben wir die Möglichkeit, verschiedene Vortests dann anzubieten. Da gibt es verschiedenste. Da ist der Markt auch recht groß. Wir haben die Möglichkeit, über Schweiß das zu testen. Allerdings ist es recht schwierig, weil zur aktuellen Beeinflussung das kein Ergebnis geben kann. Beim Urin ist es auch so. Es ist schwierig. Das beste Medium wäre eigentlich die Mundflüssigkeit, der Speichel. Allerdings sind da die Vortestgeräte noch nicht so weit entwickelt, dass sie auch letztendlich im Bereich von Cannabinoiden dann zuverlässig sind. Wir bei der rheinland-pfälzischen Polizei beschränken uns nach wie vor auf die Testung des Urins vor Ort. Ist auch schwierig, ob man das an der Kontrollstelle dann vor Ort durchführen kann, mit Männern oder mit Frauen dann auf der Dienststelle. Bei größeren Kontrollen hat man zum Beispiel auch Dixi-Klos dabei, um das dann entsprechend durchzuführen. Auch da merken wir immer mehr und ja, das ist recht interessant, dass sich die Fahrzeugführer darauf einstellen, die illegale Drogen konsumieren. Die führen teilweise Fremdurin dann mit in Becher, versuchen dann die Testmedien dann zu beeinflussen. Ja, die informieren sich auch über die Verhaltens- oder die Kontrollmuster der Polizei. Wenn sie allein den Begriff Drogen im Straßenverkehr im Google generieren, werden sie erschlagen von Beiträgen und Verhaltenshinweisen und Hinweisen, wie kann ich solche Vortestungen dann beeinflussen. Ja, das war jetzt im Schnelldurchlauf zu unserer Erkennungsmöglichkeit. Normal ist das eine Thematik, die ist abendfüllend. Für Fragen stehe ich Ihnen nach den beiden folgenden Vorträgen zur Verfügung. Ja, und ich hoffe, dass ich Ihnen mal im Schnellritz so einen Einblick in die Drogenerkennung im Straßenverkehr geben konnte. Ja, meine Damen und Herren, lieber Herr Junginger, vorgestellt wurde ich schon. Ich möchte direkt mit dem Thema weitermachen. Steht hier dran. Wir sind eigentlich wirklich gut in der Zeit. Jeder von uns 20 Minuten. Und ich will jetzt mal den Mittelpart machen, den Part zwischen dem, was der Junge eben angefangen hat, dass er geschildert hat, wie kommt man überhaupt zu einem Verdacht, dass jemand Drogen konsumiert hat. Und wir versuchen dann letzten Endes zu verifizieren, sind da wirklich Drogen im Spiel, wie sind die Konzentrationen, was kann man daraus Schlussfolgern. Und dann leitet das unmittelbar über zu dem, was der Herr Bick Ihnen dann im Anschluss erzählen wird, zu den rechtlichen Konsequenzen, die zum Teil ganz erheblich sein können für den Betroffenen. Nachweis und Wirkung, wie gesagt, der Mittelteil. Die Blutprobe, das ist so praktisch unser Anfang, der geht los, die kommt zu uns Institut für Rechtsmedizin, die wird meistens per Post geschickt, wie das kleine Männchen da dieses Paket her bringt. Und warum kommt die eigentlich zu uns? Das hat Herr Riepert eben schon so ein bisschen erläutert. Die Rechtsmedizin, die man so klassisch eigentlich mit Obduktionen, der Öffnung von Leichen in Zusammenhang bringt, ist natürlich, sagen wir mal, ein ganz, ganz vielfältiger Bereich. Die forensische Pathologie, die sich tatsächlich mit Todesermittlungssachen, mit gerichtlichen Leichenöffnungen befasst, ist ein Teil. Es gibt noch wesentliche andere Bereiche, zum Beispiel die Molekulargenetik, da geht es um Vaterschaftsfeststellungen, um Spuren, Tatortspuren, Identitätsabgleich, die forensische Ambulanz, die eben wesentlich wichtiger immer wird in den letzten Jahren. Herr Riepert wies eben schon darauf hin, dass er am Wochenende jetzt eben mehrere Lebende untersucht hat, vermeintliche Vergewaltigungsopfer und keine Obduktionen durchgeführt hat und als, sagen wir mal, wesentlicher Baustein in der Rechtsmedizin unter diesem Dach, die forensische Toxikologie, mit der ich mich jetzt nun seit vielen, vielen Jahren befasse, also erst in Frankfurt und dann seit 20 Jahren jetzt tatsächlich schon, die Zeit geht sehr schnell rum, hier in Mainz. Und darüber will ich Ihnen jetzt ein bisschen was erzählen, wie wir arbeiten und ein bisschen was zu den Substanzen, mit denen wir da befasst sind. Die Proben, wo kriegen wir die her? Auch das nochmal ein bisschen, das Ganze ein bisschen einzuschränken oder zu erklären, warum Rechtsmedizin, was haben wir damit zu tun? Die meisten Proben kriegen wir von der Polizei und wir sind kein, aber kein Polizeiorgan, wie das im angstagsischen Bereich der Fall ist, also wir sind keine Polizeibehörde, wir gehören eben hier über die Universität, die Johannes-Gutenberg-Universität, über die Universitätsmedizin zum Wissenschaftsministerium. Der andere Bereich, wo wir die Proben oder die Aufträge herkommen, ist die Staatsanwaltschaft, also die Justiz, das Justizministerium, da bekommen wir unsere Untersuchungsaufträge, unsere Gutachtenaufträge her. Wie viele Aufträge sind das ungefähr? Wir hatten Anfang 2014 mal eine Erhebung gemacht, eine Auswertung, um einfach mal zu sehen, was wir da überhaupt machen, um am Nachgang so einen kleinen Überblick zu bekommen und haben festgestellt, dass wir in dem Zeitraum zwischen 2003 und April 2014 rund, nicht ganz, 170.000 Fälle bearbeitet haben. Das ist relativ viel, denke ich mal. Und das sind also nicht nur Proben, sondern das sind wirklich Fälle, wobei zu einem Fall manchmal etliche Proben gehören. Ja, das wissen wir gerade, wenn wir Sektionsasservate untersuchen, da haben wir fünf oder sechs oder sieben verschiedene Asservate, die wir alle untersuchen wollen. Davon etwas weniger die Hälfte, knapp 80.000 auch auf Drogen, Medikamente, 85.000 nur auf Alkohol, dann setzt sich das so zusammen, was wurde von diversen Auftraggebern im Zusammenhang jetzt zum Beispiel mit Vereignungsüberprüfung, Stichwort MPU, medizinisch-psychologische Untersuchung, was der Herr Bieg später erzählen wird, entnommen und welche Proben kamen dann tatsächlich von der Polizei, der Justiz, das waren immerhin jetzt hier 76.000 und davon 73.000 nur von der Polizei, der Rest hier Sektion, die werden direkt von der Staatsanwaltschaft beauftragt. Also so setzt sich das bisschen so zusammen und daran sieht man, dass, sagen wir mal, die Toxikologie sicherlich noch ein ganz wesentlicher Bereich in der Rechtsmedizin ist und da auch einen relativ großen Stellenwert einnimmt. Kommen wir jetzt zu den psychoaktiven Substanzen, mit denen wir uns heute befassen wollen. Psychoaktive Substanzen sind Substanzen, die eben auf unsere Psyche aufs Gehirn wirken. Da gibt es, das kann man sich ganz grob merken, drei ganz wesentliche Gruppen, also andere gibt es eigentlich nicht darin, unter diesen drei Gruppen kann man eigentlich alles subsumieren. Wir haben einmal die zentral dämpfenden, also die Sedienstoffe, wir haben die Stimulantien und wir haben die Halluzinogene. Und da können wir eigentlich alles so schön drin einordnen. Ich will Ihnen jetzt mal ganz kurz ein paar Beispiele zeigen, ich kann das gar nicht so ausführlich machen, da kann man ganze Vorlesungsreihen mit füllen und da könnten wir hier jetzt bis nächsten Monat könnten wir hier zusammensitzen und ich könnte mehr weitererzählen, das wollen wir natürlich nicht. Ich will das ein bisschen schlaglichtartig machen und dann in erster Linie auf die Analytik eingehen, auch nur in einfacher Art und Weise, aber Ihnen mal zeigen, wie das so funktioniert, wie das abläuft. Zentral dämpfende, gibt es verschiedene Substanzgruppen, die da rein subsumiert werden können, allen voran das Rauschmittel Nummer eins hier im westlichen Kulturkreis, der Alkohol. Das weiß jeder, der schon mal Alkohol in etwas größerer Menge getrunken hat, letzten Endes macht es irgendwann müde, ja, sediert und dass die beiden hier sediert sind, das sieht man auch ganz gut, der liegt hier nicht so in der ganz optimalen Körperhaltung. Also der ist schon schwer beeinträchtigt, also eine starke Sedierung. Die zweite, für uns forensisch-toxikologisch relevante Arzneimittelgruppe, Rauschmittelgruppe, das sind die Opiate, allen voran das Heroin, auf das ich jetzt im Einzelfall noch mal kurz eingehen will, exemplarisch. Und dann gibt es einen ganz, ganz riesigen Bereich an zentralwirksamen Arzneistoffen, der praktisch unüberschaubar fast ist. Das fängt an mit dem Opiat-Analogen, den Opioiden, also Analgetika in erster Linie, stark wirksame Analgetika, was weiß ich, Dramadol, Fentanyl, was da alles gibt. Dann viele schlafen Beruhigungsmittel, gerade Benzodiazepine haben eine hohe Relevanz, eine forensische, was Verkehrssüchtigkeit angeht, was Fragen der Schuldfähigkeit angeht. Und dann haben wir etliche Psychopharmaka, vor allem Neuroleptika, die auch eine stark sedierende Wirkung haben, die dann auch unter Umständen relevant sein können, die eine Beeinträchtigung machen, die dann letzten Endes sich im Verkehr oder allgemeinem Verhalten auswirken kann. Ein Beispiel hier für sedierende, habe ich rausgegriffen, die zentral dämpfende Droge Nummer eins, die zwar in den letzten Jahren doch deutlich zurückgegangen ist, aber immer noch nach wie vor konsumiert wird, wir haben immer noch einen bestimmten Anteil an Heroinkonsumenten, der ändert sich auch nicht groß, der bleibt einfach fast konstant. Heroin wirkt zunächst mal direkt nach der Injektion, es wird meistens injiziert, aber auch nach dem Rauchen, es wird in letzten Jahren auch sehr oft geraucht, das nennt man Blechrauchen oder Folienrauchen, es wird verdampft von so einem Blech, dann inhaliert man das praktisch über so einen Strohhalm, wirkt das diesen typischen Heroinkick, den Flash, das ist eine extremste Euphorie, die schlagartig einsetzt und danach stellt sich aber eigentlich das ein, wonach der Abhängige so sucht, nämlich das, was als Feeling oder Balance bezeichnet wird, so ein gleichförmiger Zustand, der Betroffene, der Berauschte ist benommen, sediert, ist verlangsamt und da zeigt sich dann typisch bei Opiaten die Pupillenverengung, was der Herr Jung eben auch gezeigt hat, ganz typisches äußeres Merkmal. Naja gut, wenn dann diese Wirkung nachlässt, das kann im Einzelfall bei Schwersterabhängigen schon nach vier, fünf Stunden der Fall sein, ohne weiteres stellt sich der Entzug ein, das Craving, der Opiathunger, das kann sich hinsteigern bis zu einem schwersten lebensverdrohlichen Entzugsdel hier. Die Opiate, kommen wir jetzt zur zweiten großen Gruppe von den dreien, das sind die Stimulantien, stimulierende Substanzen und wie die wirken, das wissen die meisten von uns wahrscheinlich eben anhand dieser Alltagsgenussmittel, Kaffee oder Zigaretten, die haben einfach eine leicht anregende, stimulierende Wirkung, gerade beim Kaffee ist das der Fall, bei koffeinhaltigen Produkten. Danach kommen wir dann doch zu etwas härteren Materialien, nämlich das Kokain, das ist dann nicht nur ein quantitativer Unterschied zum Kaffee, sondern auch tatsächlich ein qualitativer, ich will es dann nochmal gleich ein bisschen ausführlicher machen, und dann vor allen Dingen synthetische Drogen, Amphetamin, Methamphetamin, MDMA, sprich Ecstasy und neuere Sachen, die sogenannten neuen psychoaktiven Stoffe, NPS abgekürzt, synthetische Drogen, ganz vielfältige Art und Weise, die immer wieder auf den Markt kommen, dabei handelt es sich sehr, sehr oft um Psychostimulantien vom Amphetamintyp. Also die, würde man sagen, abgesehen von den synthetischen Cannabinoiden, sind die meisten modernen, neuen psychoaktiven Stoffe, die gehandelt werden, sind fast alles Amphetaminderivate oder Katinonderivate. Das ist also sehr, sehr weit verbreitet. Die kann man auch chemisch sehr leicht modifizieren und kann damit immer neue Produktvarianten schaffen. Das ist sehr einfach herzustellen. Beispiel für stimulierende Drogen ist das Kokain. Kokain ist so ein klassisches Psychostimulant. Das gibt es schon, das Kokain selber oder die Coca-Pflanze ist eine sehr, sehr alte Kulturpflanze. Die wurde schon von den Andenbewohnern vor 2, 3, 4.000 Jahren genommen. Da wurde das Coca schon gekaut. Das konnte man anhand von Haaranalysen feststellen. Ein Hahn von Leuten aus den Anden hat man Kokain nachweisen können. Also die haben damals kein Kokain geschnupft, sondern haben Coca gekaut. Das hat so zwei ganz interessante Aspekte. Einerseits den kulturgeschichtlichen, dass man weiß, dass die Coca-Pflanze eine sehr, sehr alte Kulturpflanze ist. Und der zweite eben, dass Drogen in Haaren sich sehr lange halten, über Tausende von Jahren unter Umständen. Wie wirkt das Kokain? Das ist so die ganz allgemeine Wirkung aller Psychostimulantien, Steigung von Wachheit und Aktivität. Daneben stellt sich, und das ist eben der große Unterschied dann zum Koffein, eine starke Euphorisierung ein. Die Leute sind extrem euphorisiert und, gerade beim Kokain ganz ausgeprägt, ein pathologisch gesteigert oder übersteigertes Selbstwertgefühl bis hin zu Omnipotenz-Fantasien. Jemand unter Kokain-Einfluss ist der allergrößte, klügste, schönste. Und in diesem Zustand dieser Selbstüberschätzung der Omnipotenz, dieser Allmacht, die man hat, ist man natürlich unglaublich kontaktfreudig bis hin zur Distanzlosigkeit, hat Rededrang. Die Leute reden ohne Punkt und Komma. Ich hoffe jetzt nicht, dass sie denken, ich hätte hier Rededrang, weil ich hier so viel rede. Das hängt jetzt mehr mit der Veranstaltung zusammen. Und natürlich, wenn man in so einem Überzustand ist, wo man der allergrößte, schlauste, klügste ist, dann ist man natürlich erhöht risikobereit, weil man sich eben das Gefühl hat, man hat alles im Griff, kann das Auto steuern wie ein Rennfahrer, obwohl man eigentlich gar kein so besonders guter Autofahrer ist. Das ist ein ganz, ganz typischer Zustand und der hält eine ganze Weile an und danach, ja, stürzt das Ganze ab. Und das ist eben der Trigger dann auch für die Sucht von diesem Höhenflug. Ganz oben sackt der Fahrstuhl, der stürzt praktisch nach unten durch in eine ganz, ganz tiefe Depression, in paranoide Wahnvorstellungen. Die Leute fühlen sich ängstlich, fühlen sich verfolgt, haben schwere Angst, werden zum Teil gewalttätig, dann aber auch durch die paranoiden Wahnvorstellungen, die sich da einstellen. Und dieses, ja, von ganz oben, vom allergrößten zum allerkleinsten, der ganz ängstlich und depressiv ist, das triggert die Abhängigkeit. Und gerade wenn Kokain zum Beispiel geraucht wird, das ist das Crack-Rauchen. Crack ist rauchbares Kokain, stellt sich eine extreme Sucht ein, die ist also stärker als die Heroinabhängigkeit. Da haben wir also eine ganz massive Suchtentwicklung, die damit einhergeht. Was wir dann haben, ganz typisch bei Psychostimulantien, das hat Herr Jung eben schon gezeigt, das sind diese erweiterten Pupillen, die eben auch weit bleiben, auch wenn Licht einfällt. Da kann man reinleuchten, wie man will. Das hat man alles schon ziemlich gut untersucht und dann bleiben die einfach weit. Die dritte Gruppe, das ist, sagen wir mal so, die, ja, pharmakologisch oder von der Wirkung auf die Psyche oder auf unser Nervensystem, zentralen Nervensystem, eigentlich die interessanteste, das sind die Halluzinogene. Da gibt es ganz klassische Vertreter, darunter das LSD zum Beispiel, spielt heutzutage, war fast keine große Rolle quantitativ mehr, war so in den 60er Jahren, in frühen 70er Jahren die Leitdroge, waren Anfang der 70er die am meisten konsumierte Droge in Deutschland. Also das ist bei weitem nicht mehr, wir haben nur noch ganz vereinzelte Sicherstellungen von LSD oder vereinzelte Fälle. Daneben gibt es bestimmte Pflanzendrogen, Psylozybepilze zum Beispiel, Zauberpilze oder eben Tropanalkaloidpflanzen, wie die Engelstrompete, die in vielen Vorgärten als Tierpflanze wächst. Wenn man die einnimmt, dann wird es ganz, ganz wild, ja, da kriegt man also ganz, ganz wilde Wahnvorstellungen, Fantasien, so delirante Zustände sind es, die sich da einstellen können, also es wird schon ziemlich extrem. Und dann ganz wesentlich Cannabis. Cannabis will ich ein bisschen als Beispiel rausgreifen, zeige ich Ihnen gleich, weil das ziemlich viele verschiedene Wirkungsaspekte hat. Es gibt bestimmte, die es dann doch rechtfertigen, das bei den Halluzinogenen einzuordnen und was so seit zehn Jahren, das hat der Herr Jung eben auch schon gezeigt, so wirklich uns beschäftigt und was wirklich eine echte Herausforderung für die forensisch-toxikologische Analytik darstellt, dessen die sogenannten synthetischen Cannabinoide, Legal Lies, die im Internet meistens vertrieben werden, die unglaublich vielfältig sind, wo immer wieder neue Produktvarianten auf den Markt kommen, die dadurch sehr, sehr schwer nachweisbar sind und nicht unerhebliches Gefährdungspotenzial für den Konsumenten haben, weil sie wesentlich stärker als das klassische Cannabis, als das klassische THC wirken. Das sind sogenannte Cannabinoid-Rezeptor-Agonisten, die wirken vor allem an CB1-Rezeptoren, es gibt verschiedene Endokannabit-Rezeptoren und die haben dann eine ganz, ganz massive Rezeptor-Wirkung und führen dann auch zu extremen Wirkungen. Die Cannabis-Wirkung ist eigentlich in erster Linie geprägt, deswegen könnte man es auch ein bisschen bei den Sedierenden einordnen, von der Passivität und Schläfrigkeit. Es kann aber auch je nach Wirkungsphase auch eine leichte Euphorisierung auftreten oder auch etwas stärkere, auch eine leichte Antriebssteigerung, da könnte man es so ein bisschen bei den Psychostimulantien einordnen, also das hat verschiedene Wirkungsaspekte, es ist eine sehr, sehr komplexe Substanz, eigentlich eine ganz, ganz spannende, hochspannende Substanz, hat viele, viele pharmakologische Wirkungen. Der Hauptaspekt, aus meiner Sicht, sagen wir mal, der ist auch rechtfertigt, das bei den Halicinogenen unterzubringen, sind Denkstörungen, die sich eintreten, starke Ablenkbarkeit, Ausrichtung der Gedanken auf irrelevante Nebenreize, das ist so ein ganz typisches Phänomen, normalerweise unser Gehirn darauf programmiert, das wesentlich vom Unwesentlichen zu trennen, das macht es ganz automatisch, da muss man irgendwie nicht drüber nachdenken, das geht einfach von der ganzen Leine und unter Cannabiseinfluss ist sowas zum Teil einfach gestört. Die Denkabläufe sind so, wenn man so unkonzentriert, dass man einfach irgendwo abschweift und bleibt dann bei ganz unwesentlichen Sachen hängen, ja zum Beispiel bei dem Punktemuster von dieser Holztäfelung hier an der Seite, ja. Also wenn Sie daran hängenbleiben gedanklich und mir nicht mehr zuhören, dann stimmt was mit der Aufmerksamkeit unter Umständen nicht, ja, das muss jetzt nicht auf Cannabiseinfluss zurückzuführen sein, aber könnte, ja, wäre eine Ausrichtung auf einen irrelevanten Nebenreiz, an dem man einfach gedanklich hängenbleibt, weil man einfach unglaublich ablenkbar ist, weil die Gedanken abschweifen. Also sowas ganz typisches, dann Zeitdehnungsgefühle, dass man das Gefühl hat, die Zeit ist einfach gedehnt, es sind zehn Minuten rum, man hat das Gefühl, es ist eine ganze Stunde vergangen. Das Ganze dauert eine Zeit, so eins bis zwei Stunden, teilweise noch ein bisschen länger, nachklingt und es können, das ist ein bisschen unberechenbar auch, eben atypische Rauschverläufe auftreten, die geprägt sind eher von negativen Stimmungslagen, Angst, Panikattacken etc. Und gerade diese negativen Rauschverläufe, die sind gerade bei diesen synthetischen Cannabinoiden stark ausgeprägt. Und da treten auch bei synthetischen Cannabinoiden, ansonsten sind die Wirkungen recht ähnlich, treten auch sehr, sehr starke somatische, also körperliche Beschwerden auf, teilweise ganz massive Blutdruckabfälle, Bewusstlosigkeit kann da eintreten und so weiter und so fort. Also das ist eine ganz kritische Geschichte. Das war ja so ein bisschen der Ausflug zu den Wirkungen und jetzt wollen wir eigentlich zu dem Nachweis gehen. Und wenn man sich mit dem Nachweis der Droge befasst, dann kommt man nicht umhin, so ein ganz bisschen sich mit den Wegen dieser Substanzen im Körper zu befassen, weil das letzten Endes die Nachweis-Asservate definiert und auch die Fragestellungen in gewisser Weise sich daraus ergeben, welches Asservat wir da untersuchen. Am Anfang von jeder Wirkung muss eine Aufnahme stehen. Wir glauben hier nicht an feinstoffliche Wirkung, sondern wollen was ganz Materielles haben. Und die Aufnahmewege sind in aller Regel oral oder Atmung, das sind die meisten Aufnahmewege für Rauschmittel. Oral hier die beiden Männer auf dem Oktoberfest, die trinken da ihr Maß Bier und das Rauchen, zum Beispiel von so einer Tüte, von so einem Joint, das ist auch sehr, sehr verbreitet, oder auch eine Zigarette oder sowas. Bei Schwerstabhängigen wird auch oft initiiert, daneben wird noch geschnupft etc. etc. Da gibt es alle verschiedenen, diversen Dinge, aber das sind so die wesentlichen Sachen. Jetzt die Sache im Körper und jetzt ist es eigentlich ganz simpel, das Ganze wird jetzt erstmal im Körper verteilt und es läuft dann über das Blut ins Gehirn. Und da wirkt es. Das ist eigentlich so der Kernpunkt, das hatte ich am Anfang schon gesagt. Die Wirkung von einem Rauschmittel spielt sich ganz allein im Gehirn ab. Das ist der wesentliche Aspekt, den wir haben. Und wenn wir jetzt wissen wollten, wie stark ist denn die Beeinflussung oder wie ist die Person überhaupt beeinflusst oder wie ist der Beeinflussungsgrad, da müsste man eigentlich ins Gehirn reinschauen. Das geht halt nicht so ohne weiteres. Es gibt Untersuchungen, PET-Untersuchungen etc., die kann man durchführen und kann versuchen, das irgendwie zu visualisieren. Aber ich meine, das können Sie sich vorstellen, in der Praxis bei einer polizeilichen Kontrolle, können Sie die Person nicht irgendwie in so ein PET schieben und gucken, ist da irgendwelche Glucoseaktivitäten in bestimmten Gehirnzentren, das geht einfach nicht. Man muss irgendwie schauen, wie kann ich diese Wirkung versuchen zu verifizieren, zu quantifizieren. Und das geschieht über das Blut. Im Blut wird die Wirkung nachgewiesen und das Ausmaß der Wirkung. Wir haben zwar eine Blut-Hirn-Schranke, also so ganz genau stimmt das nicht überein, aber das Blut ist das Kompartiment, was noch am nächsten am Gehirn dran ist. Und die Blutspiegel, die wir finden, das ist unser Korrelat für die Konzentration im Gehirn. Das ist ganz wesentlich. Dann wird es ausgeschieden, entweder direkt oder in verstoffwechselter Form. Und die Ausscheidung, die ist wiederum wesentlich für den primären Nachweis. Zum Beispiel ein Zweitausendstel des Alkohols wird einfach abgeatmet. Das ist ziemlich konstant. Und auf die Art und Weise funktionieren diese Atemalkoholtestgeräte. Dann, das hat Herr Jung auch schon erklärt, es wird was in den Speichel oder in den Schweiß ausgeschieden oder in den Urin eben. Und da kann man Vortests durchführen. Oder eben Drogen werden in Haare eingelagert und da kann man die auch dann untersuchen. Diese Ausscheidung ist für den primären Nachweis wichtig. Das Blut sekundär praktisch für den Nachweis der Wirkung. Und wenn wir diese Asservate jetzt haben, dann definieren die auch unterschiedliche Zeitfenster. Das ist ganz wichtig zu wissen. Da gibt es, kursieren oftmals, ich kriege öfters mal Anrufe, auch von Leuten aus der Klinik. Da kursieren ganz kuriose Vorstellungen teilweise, wie es sich jetzt zeitlich verhält. Der kürzeste Nachweis ist grundsätzlich im Blut. Das kann man grundsätzlich so sagen, dass die Substanz Stunden bis Tage, maximale Tage nachweisbar. Tage bei Substanzen, die langsam ausgeschieden werden, wie zum Beispiel Cannabis oder Benzodiazepine. Aber man kann eben im Blut, wie ich schon gesagt habe, eben den akuten Konsum und den Beeinflussungsgrad festlegen. Dann die mittelfristige Aufnahme durch Urinproben abgedeckt. Da geht es Tage bis Wochen. Hier auch wieder Cannabis relativ lang, Benzodiazepine relativ lang und Haare. Na gut, da geht es so lang, wie die Haare sind. Das menschliche Kopfhaar wächst ungefähr einen Zentimeter pro Monat. Das heißt, wenn ich also 40 Zentimeter lange Haare hätte, die ich jetzt mal nicht habe, dann könnte ich 40 Monate untersuchen, wenn ich die in der Kopfhaut abschneide. Und könnte man das anschauen, praktisch hier von der Kopfhaut bis zur Spitze. Und dann könnte ich die theoretisch auch sequenzieren. Das macht man auch zum Teil. Und dann schaut man nach, was man findet. Und dann hat man so eine Zeitschiene des Konsums. Wie untersucht man die jetzt? Und dazu muss man eigentlich wissen, dass Drogen in sehr, sehr geringen Konzentrationen vorliegen. Und da habe ich mal so ein Beispiel gemacht, so ein Gramm Zucker. Das sind so circa 2,7 Gramm hat so ein Stück. Ich sage mal circa 3 Gramm. Das macht es einfacher. Gelöst sind 3 Litern. Das ist 1 Gramm pro Liter. Das ist der Promillbereich. Da liegt der Alkohol vor. Wenn ich den Würfelzucker jetzt schon in so einen Tanklastwagen mit 3000 Liter reinwerfe, dann bin ich bei den typischen Wirkspiegeln von Pharmaka, von Amphetamin, von normalen Medikamenten. Die liegen so im Milligramm pro Liter Bereich. THC liegt im Mikrogramm pro Liter Bereich. Das ist der Würfelzucker hier in dieses Tankschiff. Und der Tegernsee. Das ist ein bisschen übertrieben. Also das findet man dann auch nicht mehr unbedingt, wenn man so ein Würfelzucker da reinwirft. Das sind so Endausscheidungskonzentrationen von LSD, was sehr, sehr niedrig dosiert ist. Da sind wir im Picogramm pro Liter Bereich, also da wird es schon, oder im Nanogramm pro Liter Bereich, Picogramm pro Liter, da wird es schon schwierig. Es gibt zwei wesentliche Verfahren in der gängigen Laboranalytik. Das ist einfach, was man grundsätzlich im Auge behalten muss. Die sind grundsätzlich qualitativ ganz, ganz unterschiedlich. Es gibt Antikörperbasierte Testverfahren, Immuno-Essays. Da überlässt man praktisch die Drogentestung einem Antikörper, der erzeugt, wie man das auch immer anstellt, das ist hier nicht unser Thema, in irgendein Signal, eine rote Linie beispielsweise, bei so einem Schnelltest. Und es gibt physikalische Verfahren, das sind meistens chromatographisch-massenspektrometrische Methoden, wo man physikalisch eine Substanz direkt nachweisen kann. Der Vorteil von einem Antikörperbasierten Test ist einfach der, die sind schnell, einfach durchfügbar, preiswert, die kann man konfektionieren zu Schnelltests, die sind als Vortest geeignet, sind aber eingeschränkt, empfindlich und eingeschränkt spezifisch, liefern auch falsch positive Ergebnisse. Und diese physikalischen Nachweismethoden, Spektroskopie, Massenspektrometrie, die sind sehr, sehr spezifisch und auch sehr empfindlich, die liefern wirklich gerichtsverwertbare, weisliche Resultate, sind aber aufwendiger in der Durchführung, dauern länger, sind als Vortest nur bedingt geeignet. So sehen die Sachen aus, ich will das jetzt nicht im Detail machen, die automatisierten Verfahren im Labor, das sind CDA-Tests, FPIAs, ELISAs, gibt es verschiedene Testverfahren und man kann die aber auch, das ist ein großer Vorteil, eben auch miniaturisieren. Wir können die verkleinern und können dann eben diese Kassettentests draus machen, die zum Beispiel bei der Polizei eingesetzt werden, für die vor Ort Drogentestung. Hier nochmal so ein Beispiel für so einen Antikörperbasierten Test, so schematisch gezeigt, das ist Antigen die Droge, der Antikörper, der passt hier rein in die Antigenbindungsstelle, der erkennt den praktisch, das ist hier mal skizziert in diesem THC-Antikörper, der fängt hier das Hanfglatt, aber diese Kugel kann der nicht erkennen, die passt da einfach nicht rein. So funktionieren diese Tests im Prinzip und die führen dann zu irgendeinem Signal, das muss man technisch dann verifizieren, dass eben meist ein optisches Signal herauskommt, das man dann messen kann. Chromatographische Verfahren erfordern erstmal eine Probenaufarbeitung, das ist das Wichtige am Anfang. Man muss zum Beispiel gerade bei Blutproben alle Matrixbestandteile, das sind Fette, Cholesterin, Proteine, Aminosäuren, was ja in erster Linie im Blut drin ist, entfernen, sonst findet man das nicht, also man muss jetzt praktisch diesen Tanklastwagen, den man da hat, oder dieses Tankschiff erstmal ein bisschen einengen, rauskonzentrieren, das passiert dann entweder manuell oder mit solchen automatisierten Verfahren, hier ein bisschen älteres Bild aus unserem Labor, das Gerät nutzen wir in letzter Zeit. Und dann werden die untersucht, und dann komme ich auch wirklich schon zum Ende von meinem Vortrag, mit solchen Geräten, das sind Chromatographen, Massenspektrometer, die Chromatographie ist ein Trendverfahren, da werden Stoffgemischer aufgetrennt in Einzelkomponenten, also eine komplexe Mischung wird getrennt, das passiert einmal in der Gasphase durch einen Gaschromatographen oder in der Flüssigphase durch einen Liquidchromatographen, also einen Flüssigchromatographen, LC abgekürzt, und dann können die in einem Massenspektrometer identifiziert werden, und so ein Massenspektrometer funktioniert eigentlich ziemlich simpel, das ist natürlich technisch überhaupt nicht simpel, so Geräte sind noch relativ teuer, aber es funktioniert einfach auf die Art und Weise, dass jede Substanz ein Molekulargewicht hat, Wasser zum Beispiel, H2O, hat jedes Molekulargewicht 18, zwei Wasserstoffe, einen Sauerstoff, und die kann man anhand des Molekulargewichts eindeutig identifizieren, die fragmentieren zum Teil auch, da hat man Fragmentmuster, und wenn man diese beiden Methoden koppelt, haben wir so ein gekoppeltes Analysenverfahren, die Gaschromatographie, Massenspektrometrie, Flüssigchromatographie, Massenspektrometrie, da kann man sogar noch einen zweiten Massenspektrometer dranhängen, dann ist es noch exakter, noch sensitiver, und damit kann man beweissicher so etwas nachweisen. Und letzten Endes sieht das Ganze dann so aus, und dann bin ich eigentlich auch schon da, wo der Herr Wieck jetzt direkt anfangen kann, das ist tatsächlich der Ablauf von so einer Untersuchung, wie das bei uns durchgeführt wird, wir haben am Anfang immer eine Alkoholbestimmung nach einem bestimmten Muster, das werden zwei Methoden gemacht, eine Gaschromatographie und ein enzymatisches Verfahren, das ADH-Verfahren, dann machen wir dieses Immuno-Essay, was ich erklärt hatte, und jetzt in dem Fall, das ist ein reales Beispiel, ein ganz häufiges Beispiel, weil die Konstellation haben wir sehr, sehr oft, die Probe ist positiv auf Amphetamine und Cannabinoide, und dann werden die Sachen quantifiziert mit einem chromatographischen Verfahren, eben zum Beispiel mit der Flüssigchromatographie, Massenspektrometrie-Kopplung, da finden wir jetzt Amphetamine, z.B. 190, THC 7,5 Nanogramm pro Milliliter, und noch welche Stoffwechselprodukte des THCs, und das Ganze wird dann in so einen Befundbericht verpackt, der enthält Probandendaten, Probendaten, wann ist die Probe entnommen, etc., etc., der gliedert sich dann einmal in den Immuno-Essay-Untersuchungen, so sieht das aus, das ist ein realer Befund, ich habe jetzt den Namen hier weggemacht, dann die quantitative Analyse und dann eine kurze gutachtliche Stellungnahme, wo mal kurz drin beschrieben ist, was man mit den Werten anfangen kann, ob da eine Wirkung vorliegt, z.B., in dem Fall ist es anzunehmen bei diesen Werten, dass eine THC-Wirkung vorliegt, und das Ganze wird dann an die Polizei weitergeschickt, oder an die zuständige Staatsanwaltschaft, und letzten Endes landet es dann auch bei den Führerscheinstellen, und damit bin ich am Ende mit meinem Teil und darf mich bei Ihnen bedanken. Guten Abend, meine Damen und Herren, vielen Dank für die Einladung, dass wir das heute als Behörde mal machen dürfen, ich sage es mal ein bisschen salopp, wir sind die, die immer vergessen werden bei dieser ganzen Geschichte, in den meisten Pressenmitteilungen, wenn es um Drogen im Straßenverkehr geht, heißt es immer, die betroffene Person muss mit einem Bußgeld rechnen oder mit einer Straftat, und an die Fahrerlaubnisbehörde denken die wenigsten, ich denke, jeder von Ihnen war schon mal bei einer Fahrerlaubnisbehörde, hat einen Führerschein dort beantragt, die Umschreibung von einem alten Führerschein auf den neuen Ersatzführerschein, eine Verlängerung und was es dort alles gibt, das machen bei uns im Donnersbergkreis 1,5 Personen, und zwei Personen kümmern sich nur um diese Geschichte, um die Fahreignung generell. Ich versuche jetzt Ihnen irgendwie so ein bisschen diesen rechtlichen Grad ein bisschen näher zu bringen, das kann manchmal sehr trocken sein, das Thema, weil es halt sehr auf Paragraphen aufgebaut ist, aber ich gebe mein Bestes, dass das irgendwie gut rüberkommt. Also wir haben, wie der Herr Prof. Dr. Röhre schon gesagt hat, die Situation, dass ein toxikologischer Befund bei der Rechtsmedizin erstellt wird, der wird meistens an die Polizeidienststelle dann abgegeben und die Polizeidienststelle wird diesen toxikologischen Befund zusammen mit einer Mitteilung an die Staatsanwaltschaft geben. Meistens erfolgt parallel auch schon eine Mitteilung an uns. Generell ist es so, dass es im Moment noch so ist, dass die Staatsanwaltschaft das erste Recht darauf hat, diesen Vorfall zu überprüfen, ob hier eine Straftat vorliegt, nämlich eine Trunkenheit im Verkehr. Drogen im Straßenverkehr oder berauschende Mittel im Straßenverkehr werden unter diesem Straftatbestand dort geführt und man hat, die Staatsanwaltschaft hat diesen Paragraphen 316 Strafgesetzbuch, den ich hier mal so mit aufgeführt habe, der dann auch aufführt, obwohl er in Folge des Genusses von alkoholischen Getränken oder anderen berauschenden Mitteln nicht in der Lage war und das ist, da komme ich gleich dazu, das ist ein bisschen wichtig auch für die weitere Vorgehensweise, das Fahrzeug zu führen. Denn die Staatsanwaltschaft kann oder wird einen Führerschein nur entziehen, wenn hier bei der Person erhebliche Ausfallerscheinungen festgestellt wurden. Und die einfachste Ausfallerscheinung ist meistens ein Verkehrsunfall, dann kommt es meistens schon zu einer Entziehung der Fahrerlaubnis nach Paragraph 316 StGB. Ansonsten ist es in den überwiegenden meisten Fällen so, dass die Staatsanwaltschaft diesen Vorfall an die Bußgeldstelle abgibt, das heißt, sie stellt ihr Verfahren ein, Trunkenheit im Verkehr, Fahren unter Drogeneinfluss ist hier kein Straftatbestand, die geben es ab an die Bußgeldstelle und bei der Bußgeldstelle wird das Ganze nach dem Straßenverkehrsgesetz Paragraph 24a weiterverfolgt. Der Paragraph 24a führt das im Absatz 2 auf, dass ein Führen unter Brauchen und Mittel eine UWIG darstellt und beziehungsweise das Führen von Fahrzeugen unter der Wirkung, das ist der kleine Unterschied, nicht in der Lage und unter der Wirkung, da ist so ein bisschen der Unterschied bei der ganzen Geschichte, Staatsanwaltschaft, Straftat, nicht in der Lage, Ausfallerscheinungen und Bußgeldstelle, Wirkung, das heißt, die Droge oder das Betäubungsmittel oder der psychoaktiv wirkende Stoff wurde nachgewiesen und die Person stand unter der Wirkung von diesem Einfluss und dann gehen wir hier in diesen Bußgeldbereich rein, den dann die Bußgeldstelle verfolgen wird. Man hat hier im Bereich der Ordnungswidrigkeit in der Anlage zum Paragraph 24a eine Tabelle aufgeführt, wo man die berauschenden Mittel und die Substanzen nochmal aufgeführt hat, die dann dafür in Frage kommen. Die Grenzwerte, die ich da hinten dran gesetzt habe, die stehen dort nicht im Gesetz, die habe ich selbst hinten dran gesetzt, weil das sind die Grenzwerte, die die Bußgeldstelle zu beachten hat. Denn alle Werte, die sich unter diesen Grenzwerten aufhalten, können von der Bußgeldstelle nicht verwertet werden. Das heißt, die Bußgeldstelle wird das Verfahren einstellen in diesen Fällen. Es ist dann so, dass parallel die Geschichte Staatsanwaltschaft, Bußgeldstelle, Fahrerlaubnisbehörde, wir das ein bisschen immer im Hintergrund beobachten müssen, wie da jetzt die rechtliche Lage ist von der ganzen Geschichte und wir ständig eigentlich im schriftlichen Kontakt mit den Staatsanwaltschaften und den Bußgeldstellen sind und in dem Moment, wo uns von der Staatsanwaltschaft diese Einstellung des Verfahrens erreicht und diese Geschichte dann an die Bußgeldstelle abgegeben wird, haben wir als Führerscheinstelle die Legitimation, nun diese Kraftvereignung zu überprüfen. Denn es gibt, das ist in § 3 Absatz 3 Straßenverkehrsgesetz geregelt, dass ein Sachverhalt, der eventuell zu einer strafrechtlichen Entziehung der Fahrerlaubnis führt, solange von der Führerscheinstelle nicht verwertet werden darf. Und durch die Abgabe, die dann die Staatsanwaltschaft an die Bußgeldstelle vorgibt, ist es für uns das Zeichen, dass es hierzu keine weiteren Strafverfolgung gibt. Die Person wird ganz normal nach dem § 24a geahndet, es wird ein Bußgeld ausgesprochen, da komme ich später nochmal dazu und es gibt dann auch ein Fahrverbot und es gibt Punkte in Flensburg. Und wir haben jetzt parallel die Möglichkeit oder müssen diese Möglichkeit auch durchführen, die Eignung von der Person zu überprüfen. Inwiefern liegt denn ihr eine Fahreignung vor? Es wurde vorhin kurz darüber gesprochen. Ist die Person denn jetzt geeignet, Fahrzeuge sicher zu führen, wenn sie Konsument von bestimmten Rauschmitteln ist? Und da gibt es dann die Legitimation, ist der § 46 in der Fahrerlaubnisverordnung, der es ähnlich oder ziemlich identisch ist mit dem § 3 des Straßenverkehrsgesetzes, dass wenn sich die Ungeeignetheit erwiesen hat, die Person nicht geeignet ist und die Fahrerlaubnis zu entziehen ist. Und das passiert dann auf dem Verwaltungsweg, den, das waren so unsere Erfahrungen in den letzten Jahren, doch sehr viele für überraschend halten, dass die Verwaltungsbehörde da dann plötzlich um die Ecke kommen, in Anführungszeichen. Der Unterschied zwischen den beiden Absätzen ist im § 46, ist im § 46 hier die Anlage 4, der Verweis auf die Anlage 4, 5 und 6. Die Anlage 4, 5 und 6 zu der Fahrerlaubnisverordnung sind Einschränkungen durch verschiedene Krankheiten, durch Konsum von verschiedenen Rauschmitteln, von Alkohol, die da zusammengeführt wurden in dieser Anlage 4, die basieren auf den Begutachtungsleitlinien zur Kraftvereignung. Diese basieren auf wissenschaftlichen, medizinischen, ärztlichen Erkenntnissen, die dann zusammengeführt wurden und die wurden in dieser Anlage 4 vom Gesetzgeber übernommen. Und in dieser Anlage 4 wird dann aufgeführt, wann, bei welchen Konstellationen, bei einer Person eine Eignung oder eine bedingte Eignung, das gibt es auch, dass man Fahrerlaubnisse unter Auflagen erteilen kann, vorliegt. Und das Ganze wird dann dort nochmal untergliedert in verschiedenen Fahrzeuggruppen. Also für die Gruppe 1, das Auto ist es anders, wie zum Beispiel für die Gruppe 2 der Lkw, das ist ein klassisches Beispiel, Diabetes zum Beispiel. Da haben wir zwischen Lkw und und Pkw riesige Unterschiede, was dann Diabetes Typ 1 und Typ 2 angeht, aber das ist jetzt nur mal so nebenbei gesagt. Wir haben in der Fahrlabensordnung, ja das ist unser Paragraf 14, wir haben in der Fahrlabensordnung auch diese Regelung, wie mit den Fahrten unter Betäubungsmitteleinfluss umgegangen werden muss. Der Paragraf 14 ist ein Paragraf, der uns die Möglichkeit gibt, verschiedene Dinge über Gutachtensbeibringungen zu regeln. Der Paragraf 14 ist einer von drei Paragrafen, das ist der von vier sogar, das ist der Paragraf 11, 12, 13 und 14, die diese Eignung festlegen. Das ist einmal diese körperliche, geistige Eignung, das ist einmal die Sehvermöge, ist speziell nochmal geregelt, dann haben wir die Alkoholproblematik und wir haben die Drogeproblematik, die wir hier dann verfolgen müssen. Im Rahmen von dieser Überprüfung müssen wir verschiedene Dinge beachten. Der Gesetzgeber hat bei den Betäubungsmitteln in der Anlage vier Abstufungen vorgenommen. Es ist die Abhängigkeit geregelt, es sind die Einnahme von Arzneimitteln geregelt, es ist die Einnahme von Cannabis geregelt und es ist die Einnahme von allen anderen Betäubungsmitteln geregelt. Man hat hier eine Sonderstellung gemacht in dieser Nummer 9.1, Einnahme von Betäubungsmitteln im Sinne des Betäubungsmittelsgesetzes und hat explizit Cannabis ausgenommen, weil Cannabis eine kleine Sonderstellung hat im Vereignungsrecht, da komme ich jetzt gleich danach dazu. Und diese Geschichte mit dieser Anlagenummer, mit dieser Nummer 9.1 langsam, mit dieser Nummer 9.1 hat sich jetzt nur mal auf diese sogenannten harten Drogen beschränkt und hat hier gesagt, hier liegt keine Eignung vor zum Führen von Fahrzeugen. Und man spricht da von allen Fahrzeugen. Also es geht hier nicht nur ums Pkw, wir sind zwar Fahrerlaubnisbehörde, aber wir haben im Führerschein recht, verschiedene Fahrzeugarten zu beachten, darunter fallen auch, weil wir vorhin gerade das Beispiel mit dem Moped hatten, fallen auch Mopas, Moped und Fahrräder. Wenn ich jetzt dem Beispiel von Röhrisch folge, der hatte einen toxikologischen Befund mit 190 Nanogramm Amphetamin, kann ich als Fahrerlaubnisbehörde da eigentlich sogar diesen zusätzlichen Konsum von Cannabis außen vor lassen. Im Moment ist die Gesetzeslage so und die ist seit 15 Jahren stark verfestigt, dass der einmalige Konsum von Betäubungsmitteln außer Cannabis die Fahreignung gänzlich ausschließt. Der einmalige Konsum. Und noch eine Besonderheit bei Konsum von harten Drogen ist, der muss man noch nicht mal in Bezug zum Straßenverkehr passiert sein. Wir kriegen öfters Fälle von Gewaltdelikten mitgeteilt bei der Führerscheinstelle, wo die Opfer oder auch die Täter speziell unter dem Einfluss von Drogen standen und auch bei solchen Fällen außerhalb vom Straßenverkehr werden Blutuntersuchungen durchgeführt und wenn diese Blutuntersuchungen positiv sind auf harte Drogen, dann darf die Fahrerlaubnisbehörde in einem solchen Fallen die Fahrerlaubnis entziehen. Weil der Gesetzgeber bzw. die Begutachtungsleitlinien zur Fahreignung davon ausgehen, dass ein Konsument, der harte Drogen konsumiert, nicht in der Lage ist, Fahrzeuge sicher zu führen. Und diese Feststellungen, die sind nicht an einen einmaligen Konsum, einen gewohnheitsmäßigen Konsum, an einen gelegentlichen Konsum oder an eine Abhängigkeit gebunden, sondern allein der Konsum reicht hierfür aus. Deswegen ist es auch immer wieder so, dass wir als Fahrerlaubnisbehörde auch tätig werden bei Leuten, die gar nicht am Straßenverkehr teilgenommen haben und das dann auch entsprechend den Leuten gegenüber erklären müssen und das ist manchmal nicht ganz einfach. Wir haben hier das Beispiel Bußgeldstelle, auch was den Grenzwert angeht. Ich habe es hier nochmal hineingeschrieben. Die Bußgeldstelle, die hat einen Grenzwert von 0,25 Nanogramm, das sind 0,025 Milligramm und diese Grenze darf für die Ahndung von Bußgeldern nicht unterschritten werden. Sind es hier 0,24 Nanogramm, darf die Bußgeldstelle nicht mehr tätig werden. Das ist für uns alles total irrelevant. Diese Grenzwerte gilten für die Fahrerlaubnisbehörde im Bereich der harten Drogen gar nicht. Bei uns muss nur feststehen, es wurden Drogen eingenommen. Die Drogen wurden festgestellt und dann können wir hier unsere Tätigkeit dann in Angriff nehmen. Ich habe es hier unten auch nochmal aufgeschrieben. Wir haben eine nachgewiesene einmalige Einnahme von Betäubungsmitteln mittels dem toxikologischen Befund, dem Blutgedachter oder wir haben Angaben der Person. Das ist manchmal auch ganz interessant. Wir haben, wir kriegen als Fahrerlaubnisbehörde von der Polizei mittlerweile Mitteilungen aus allen Bereichen. Wir müssen, die körperliche geistige Verheignung ist ein ganz breites Feld mittlerweile und wenn jetzt zum Beispiel uns mitgeteilt wird, dass bei einer Person bei einer Hausdurchsuchung Betäubungsmittel aufgefunden wurden und da ein Strafverfahren eröffnet wurde wegen Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz, Besitz oder Anbau oder ähnliches, dann dürfen wir uns Einsicht in die Strafakte bei der Staatsanwaltschaft holen. Das geht. Da haben wir die Berechtigung dafür. Und wenn in dieser Strafakte die Person die Aussage trifft, dass sie Konsument von Drogen ist oder dass die Drogen für ihren Eigengebrauch waren, dann hat das schon wieder Einfluss auf die Fahreignung, aber wann hier keine Feststellung im Straßenverkehr stattgefunden hat. Also sind auch diese Angaben da ganz, ganz wichtig und essentiell für uns und deswegen ist es mittlerweile unser tägliches Brot auch ständig Strafakten von der Staatsanwaltschaft anzufordern. Liegt die Einnahme vor von sogenannten harten Drogen, ist die Person ungeeignet, die Fahrerlaubnis muss entzogen werden, unter sofortiger Vollziehung, das heißt mit Zustellung von dem Schreiber in den Briefkasten, darf man keine Fahrzeuge mehr führen. Das ist im Moment das Zustellungsrecht. In Rheinland-Pfalz haben wir jetzt seit einigen Monaten ein Modell, das Koblenzer-Modell. Wir haben vorhin kurz darüber gesprochen, 2002, 2003 war es mal Stuttgarter Modell, jetzt ist es das Koblenzer-Modell. Hier hat man sich Gedanken gemacht, wie können wir denn eigentlich Leute, die sich als ungeeignet zum Führer von Fahrzeugen erwiesen haben, schneller vom legalen Straßenverkehr ausschließen. Das Problem bei dieser ganzen Geschichte ist einfach der Werdegang. Wenn ich eine Feststellung habe, Einfluss und der Drogeneinfluss im Straßenverkehr, dann macht die Polizei die Mitteilung an die Fahrerlaubnisbehörde. Wir als Fahrerlaubnisbehörde schreiben die Staatsanwaltschaft an, sagen denen, sie sollen uns doch bitte mitteilen, ob es zu einer Entziehung nach dem Strafgesetzbuch kommt oder ob die Sache an die Bußgeldstelle abgegeben wird. Diese Schreibe, die verfassen wir öfters, sage ich jetzt mal, und das kann bis zu drei, vier Monaten dauern, bis da eine Einstellung erfolgt oder bis wir da Rückmeldung bekommen, dass es mittlerweile an die Bußgeldstelle abgegeben ist. Und das heißt, zwischen dem Zeitpunkt der Verkehrskontrolle und dem Zeitpunkt der entsprechenden Entscheidung durch uns können manchmal vier, fünf Monate liege. Und das ist das, was man ja eigentlich verhindern will, weil man hat eine Person, die sich als ungeeignet erwiesen hat zum Führen von Fahrzeugen und hat die Person dann aber trotzdem noch vier, fünf Monate im Straßenverkehr, bis auf den verwaltungsrechtlichen Weg endlich was passieren kann. Das sind im Moment so ein bisschen die Hürden, die noch entstehen. Da hat man jetzt versucht, mit diesem Koblenzer-Modell ein bisschen entgegenzutreten. Wir hatten jetzt bei uns im Donnersbergkreis, ich muss dazu sagen, wir sind ein Kreis mit 78.000 Einwohner. Wir hatten jetzt bis jetzt fünf Fälle, die nach dem Koblenzer-Modell abgewickelt wurden. Das funktioniert eigentlich ganz gut. Sobald die Person einen positiven Nachweis hatte in diesen Fällen Urin und hatte bei der Polizei die Aussage gegeben, ja, ich habe dieses Produkt auch konsumiert und hat es unterschrieben, wurde der Führerschein sichergestellt durch die Polizei, wurde direkt an uns gegeben und wir müssen dann innerhalb von fünf Tagen eine entsprechende schriftliche Verfügung durchführen, wo dann geregelt ist, dass die Person keine Fahrzeuge mehr führen darf. Und das ist jetzt das Ziel. Das ist jetzt im Moment, ist es noch ein Modell? Ich glaube, es ist noch ein Modell. Es wird noch weitergeführt. Wenn sich das so durchsetzt, tut es mit Sicherheit und Sicherheit des Straßenverkehrs weiter gut. Man muss jetzt mal sehen, wie sich das entwickelt, diese ganze Geschichte. Bei einer vorläufigen Sicherstellung ist zunächst mal ein Ausschluss aus dem Straßenverkehr. Kommen wir zu dem Cannabis. Cannabis hat in der Fahrerlaubnisverordnung eine kleine Sonderstellung. Man hat ja bei diesem 9.1 Betäubungsmittel im Sinne des Betäubungsmittels gesetzt, außer Cannabis, könnte man jetzt sagen, das regelt die harte Droge, das regelt jetzt die weiche Droge, hat eine Sonderstellung bekommen. Ich will es jetzt nicht als weiche Droge bezeichnen, aber man hat sich entsprechende Gedanken gemacht und hat für die Fahreignung, ist man eigentlich zum Ergebnis gekommen, dass man, wenn man Konsument von Cannabis ist, tatsächlich fahrtauglich sein kann. Man muss nur bestimmte Voraussetzungen erfüllen. Man hat die regelmäßige Einnahme von Cannabis geregelt, klipp und klar, und hat die gleichgestellt mit den harten Drogen, hat gesagt, wer regelmäßiger Konsument von Cannabis ist, der ist nicht geeignet zum Führen von Fahrzeugen, nicht geeignet zum Führen von Fahrzeugen aller Art. Der ist genauso ungeeignet, mit dem muss die Fahrerlaubnis entzogen werden. Man hat aber auch sich Gedanken gemacht, was ist denn eigentlich mit den Personen, die gelegentlich Cannabis konsumieren, die nicht regelmäßig Cannabis konsumieren. Und da gibt es die Nummer 9.2, die sagt, ja, ich kann fahrtauglich sein, wenn ich Konsument von Cannabis bin, wenn ich den Konsum von Cannabis und das Führen von Fahrzeugen trennen kann. Und ja, ich kann geeignet sein, wenn ich keinen zusätzlichen Gebrauch von Alkohol oder anderen psychoaktiv Wirkstoffen im Blut habe. Und wenn keine Störung der Persönlichkeit oder kein Kontrollverlust vorliegt. Die Fälle hatten wir es noch nicht so oft. Aber die ersten beiden Dinge, die sind für uns ganz essentiell. Wir haben hier, wenn das Führen von Fahrzeugen und der Konsum von Cannabis getrennt werden kann, da muss man sich natürlich jetzt die Frage stellen, wie kann ich denn das nachweisen, dass ich getrennt habe? Wie erkenne ich denn das, dass ich getrennt habe? Und da kommen wir wieder zu den Grenzwerten, die ich am Anfang gezeigt habe. Man hat dann irgendwann, das meiste, das muss ich gleich dazu sagen, das meiste im Fahrerlaubnisrecht entwickelt sich durch Rechtsprechungen. Durch Fälle, die bei Gericht sind und immer wieder verhandelt werden. Und in den letzten 15 Jahren ist es so, dass sich um diesen Grenzwert für die Trennung von Cannabis und Straßenverkehr gab es immer wieder so ein bisschen Ups und Downs und es gab verschiedene Rechtsprechungen. Man hat aber sich eigentlich dazu geeinigt, diesen Grenzwert von einem Nanogramm für THC zu übernehmen. Das heißt, sofern ich unter dem Grenzwert von einem Nanogramm bin, wird die Führerscheinstelle hier keine Maßnahme ergreifen. Bin ich drüber, wird die Führerscheinstelle Maßnahmen ergreifen. Jetzt gibt es eine Rechtsprechung vom OVG Koblenz, die sagt, ja, aber zwischen 1 und 2 Nanogramm, da müssen noch Auffälligkeiten dazu vorliegen, wie die Pupille und es zittern und der Dremur und der Romberg-Test nicht bestanden und hin und her. Das ist so ein bisschen das OVG Koblenz, das ist so ein bisschen ausschlägt bei dieser ganzen Geschichte. Aber im Grunde genommen hat das Bundesverwaltungsgericht, das Obergericht in Leipzig vor gar nicht allzu langer Zeit, Ende 2016 war es, die ein Nanogramm in einem aktuellen Fallgrad noch einmal bestätigt. Und im Moment ist es so, dass dieser Wert, dieser ein Nanogramm, für uns dieser entscheidende Wert ist, um zu sagen, hier hat jemand getrennt, ja oder nein. Es gibt immer wieder Vorstöße der Grenzwertkommission, diesen Wert vielleicht nach oben zu setzen oder nicht. Es wird immer wieder vorgeschlagen, es ist immer wieder Thema beim Verkehrsgerichtstag, aber ins Gesetz und in die Rechtsprechung hat es irgendwie noch kein Gehör gefunden und somit müssen wir weiterhin davon ausgehe, von diesem einen Nanogramm. Zusätzlicher Gebrauch von Alkohol. Der klassische Mischkonsum, Cannabis in Verbindung mit anderen Stoffen, Alkohol und anderen psychoaktiv wirken Stoffen, das ist der klassische Mischkonsum. Man muss dazu sagen, wenn dieser Mischkonsum wirklich festgestellt wird, hat das Oberverwaltungsgericht Koblenz auch mal gesagt, dass bei einem Mischkonsum die Fahreignung ausgeschlossen ist und die Personen gleichgelagert sind mit den Personen, die harte Droge konsumieren. Das ist mittlerweile, da gab es dann zwei, drei Entscheidungen sogar mit Personen ohne Bezug zum Straßenverkehr. Und das hat sich mittlerweile so eingebürgert, sobald Cannabis drin ist, sobald ein anderer Stoff dabei ist, wird man so behandelt wie die Konsumente von harte Droge und muss mit dem Entzug der Fahrerlaubnis rechnen. Wann kann der Konsum von Cannabis denn eigentlich getrennt werden, wenn kein Aktiver, das habe ich eben gesagt, das ist ein Nanogramm, wann kann man von einem, jetzt muss ich nochmal ganz kurz zurück. Wir haben ja hier bei der Nummer 9.2 die gelegentliche Einnahme von Cannabis. Das hatte ich ja vorher angesprochen. Es gibt diesen regelmäßigen und es gibt diesen gelegentlichen Konsum von Cannabis. Und die Frage stellt sich natürlich auch, wie können wir als Führerscheinstelle denn jetzt von der Person sagen, ja, Sie sind jetzt gelegentlicher Konsument und Sie sind regelmäßiger Konsument und Sie sind einmaliger Konsument. Da gab es auch immer wieder verschiedene Dinge, die da immer wieder durch wissenschaftliche Erkenntnisse, neu gewundene Erkenntnisse immer wieder versucht wurden, auch an den Gesetzgeber heranzutreten. Der Gesetzgeber hat keine Grenzwerte oder keine Werte ins Gesetz geschrieben, die diesen regelmäßigen oder gelegentlichen Konsum regeln. Das hat er nicht gemacht. Allerdings ist eine Rechtsprechung das sehr, sehr verfestigt mittlerweile, dass der regelmäßige Cannabiskonsum ab einem Carbonsäurewert, THC-Carbonsäure ist dieses Abbauprodukt von THC, ab 150 Nanogramm, von dem ausgegangen werden kann und muss. Und die Abgrenzung zwischen einmaligem und gelegentlichem Konsum war in den letzten Jahren schon immer Streitthema. Wir hatten, als ich angefangen habe 2002, hatte man 75 Nanogramm als Grenzwert, zwischendrin waren es 100, jetzt sind wir mittlerweile bei 10, wieder ganz nach unten gegangen. Es wurde gesagt, bei 10 Nanogramm können wir von der Abgrenzung her das so dann sehen, dass hier kein einmaliger Konsum mehr vorliegen kann. Und die neueste Rechtsprechung sagte ich sogar schon, das ist so ein bisschen Generalverdacht, wenn ich als Konsument von Cannabis unter dem aktiven Einfluss im Straßenverkehr, am Straßenverkehr teilnehme und dann noch in eine Verkehrskontrolle komme, dann sind das zu viele Zufälle, dass man hier von einem einmaligen Konsument sprechen könnte. So sagte es immer in der Rechtsprechung. Also es ist sehr unwahrscheinlich, dass jemand, der das erste Mal Cannabis probiert, sich in ein Auto setzt, Fahrzeug führt und dann noch in eine Verkehrskontrolle kommt. Und deswegen hat es ein Richter so ausgeführt und hat eigentlich damit Tür und Tor geöffnet, jetzt zu sagen, dass eigentlich jeder festgestellte Konsument mindestens gelegentlicher Konsument ist und somit unter die Nicht-Eignungsvoraussetzungen von 9.2.2 fällt. Kurz noch zu der Besonderheit im Fahrerlaubnisrecht. Ich will es dann doch nicht so lange machen. Wir haben im Fahrerlaubnisrecht eine Beweislastumkehr. Das heißt, die Person, die betroffen ist, muss der Behörde Beweise substantiiert, detailliert, dass sie wirklich nur einmalig zu dem Zeitpunkt Cannabis konsumiert hat und kein gelegentlicher Konsument ist, was sehr schwierig erscheint. Und all das, was ich Ihnen gesagt habe, was für fahrerlaubenspflichtige Fahrzeuge gilt, ist parallel auch für fahrerlaubnisfreie Fahrzeuge anzuwenden. Das heißt, wir müssen auch, wenn wir den Führerschein entziehen, wegen einem Einfluss unter harten Drogen, gleichzeitig verbieten, Fahrräder zu führen. Das machen wir mittlerweile auch. Das Mova ist dabei, das Fahrrad ist dabei. Der Uffsitzrasenmäher hatte man schon. Und noch so ähnliche Fahrzeuge. Ganz kurzer Ausflug zu den Kosten. Ich hatte es vorhin angesprochen. Das sind die Kosten, mit denen man rechnen muss. Bei einer Ordnungswidrigkeit, bei einer Ahnung von der Ordnungswidrigkeit, 500 Euro Bußgeld plus Auslage. Die Auslage, das ist das, was der Herr Röhrig zum Beispiel macht. Der will ja seinen toxikologischen Befund auch bezahlt bekommen. Die sind dann da dabei. Gliedert sich dann bei wiederholten Auffälligkeiten nach oben das Bußgeld. Fahrverbote sind auch dabei. Fahrverbote laufen parallel. Wenn der Führerschein entzogen ist, überwiegt der immer. Die Kosten bei der Führerscheinstelle, ganz kurz, nur damit man so einen ungefähren Punkt hat. Die Verwaltungsgebühr für so eine Entziehungsverfügung beträgt 150 bis 250 Euro. Das ist eine Rahmegebühr, die in den Maßnahmen, die in der Gebührenordnung festgelegt ist. Wir haben andere Überprüfungsmaßnahmen mit Gutachten. Da sind jetzt die Verwaltungsgebühren von 30 Euro. Bei uns fallen dann nicht ins Gewicht. Eher die Gutachtenskosten, die je nach Umfang zwischen 300 und 600 beim Facharzt, zwischen 400 und 1000 Euro bei der medizinisch-psychologischen Untersuchungsstelle liegen. Das Gleiche kommt darauf die Leute zu, wenn sie ihren Führerschein wieder haben wollen. Da müssen wir dann auch so eine medizinisch-psychologische Untersuchung verlangen. Das sind ungefähr die Kosten, mit denen man rechnen muss. Man muss für diesen Eignungsnachweis, oh, Entschuldigung, man muss für diesen Eignungsnachweis, den man bei der MPU erbringen muss, damit wir wieder eine Pfeile umzerteilen können, im Vorfeld Drogenabstinenznachweise durchführen. Kann man mit Haaren machen, kann man mit Urin machen. Die Kosten habe ich jetzt mal so breit gefächert, aber die liegen so in dem Rahmen, denke ich. Das ist auch immer ein bisschen verschieden. Man muss den Sachverhalt aufarbeiten. Warum kam es zu dieser Drogenfahrt? Was steckt da dahinter? Der Psychologe will das wissen. Und der muss dann am Schluss eine Prognose herleiten und Ihnen dann bescheinigen, dass Sie in Zukunft keine fahrerlaubnispflichtigen oder fahrerlaubnisfreien Fahrzeugen unter Drogeneinfluss führen werden. Und dann kann man wieder einen Führerschein erteilen. Das ist so im Grobe. Ich bin dann jetzt am Ende und bedanke mich dann für Ihre Aufmerksamkeit. War es dann doch so lange? Ja, vielen herzlichen Dank.